Alexa, wann startet die Konferenz? Die Konferenz beginnt in 15 Minuten. Ich bin echt froh, mal wieder auf einer Bühne stehen zu können. Es war der Wahnsinn, super Feeling. Die Interactive West, ich meine, ich war noch nie hier und bin echt krass begeistert von den Speakers, von den Teams, also hier war wirklich alles vertreten, was man gerade wissen muss in diesem Space, wenn man sich da bewegt. Es ist unglaublich schön hier zu sein bei der Interactive West, also ich bin sehr beeindruckt. Das ist meine erste Interactive West. Es ist wahnsinnig schön, auch wieder Leute physisch zu sehen, also wirklich toll gemacht. Für uns ist das ein glückliches Zeitfenster, weil im vergangenen Jahr digital wichtig, so wichtig, dass man endlich wieder zusammenkommen kann. Wir sind alle nur ganz geplättet. Wir sind alle nur ganz geplättet. Und auch ein glückliches Zeitfenster.